Moin Moin Auto aus Kirschweiler. Wir zeigen euch heute mal den GR Corolla und heute steht GR im Vordergrund. Denn wir zeigen euch heute mal die Circuit Edition vom Corolla und die bringt folgendes mit sich. Wir haben 18 Zoll Schmiedefelgen, made in Japan. Vorne und hinten Kotflügelverbreiterung, damit das Fahrzeug noch aggressiver wird. Carbon-Dach. Wir haben einen Heckspoiler in Schwarz und eine verdammt gut aussehende dreifludige Auspuffanlage. Das Herzstück aus unserem Corolla kennen wir auch schon aus dem GR Yaris. Wir haben hier einen altbekannten 1,6 Liter Dreizylinder-Turbomotor. Hier kommt er aber jetzt mit 305 PS und 400 Newtonmeter. Hier jetzt als Handschalter, Allrad, gibt es aber auch theoretisch auch noch als Automatik. Ausgestattet ist das Fahrzeug tiptop mit allem, was ihr braucht. Park-Sensoren, Rückfahrkamera, JBL, Android Auto, Sitzheizung und vieles mehr. Aber für uns ist ja GR wichtig. Sportsitze mit blauen Ziernähten, unser Allrad-Modus können wir einstellen und das Wichtigste, Kahn-Bremse. Familientauglich ist er auch. Fünf Sitzer und noch genügend Platz im Kofferraum. Tadaa. Dieses Einzelstück hier, was wir importieren als Circuit Edition, könnt ihr bei uns kaufen inklusive Umbau, Zoll, Transport, Fracht. Das heißt, es ist alles drin. Die Papiere sind erstellt für 83.990 Euro brutto. Einsteigen, losfahren.